Die ESA macht gemeinsame Sachen mit dem galaktischen Imperium und will den Mond mit CO2-Lasern schmelzen. Die NASA findet Wasser und Kohlenstoff in Osiris-Rex, Asteroiden-Staub. Falcon Heavy startet mit NASA's Psyche-Sonde zu metallischem Asteroiden. Ein weiteres russisches Kühlmittel-Lag verzögert EVA von ESA-Astronaut Morganson. Ariane 6 soll im Betrieb jedes Jahr mit 350 Millionen Euro subventioniert werden. Laut FAA-Studio könnten Megakonstellationen wie Starlink alle zwei Jahre für schwere bis tödliche Unfälle verantwortlich werden. Und Indien steht kurz vor wichtigem Abbruch-Test seiner Crew-Kapsel Garganya an. Das und noch viel mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Montagmorgen, den 9. Oktober, hat Ariane Space von Kuo eine Vega mit einem Erdbeobachtungssatelliten für Thailand gestartet. Mit an Bord außerdem ein Satellit aus Taiwan zur Beobachtung von Meerwasser-Atmosphären-Interaktionen und kleinere Cube-Sets als Rideshare. Auch am Montagmorgen hat SpaceX mit einer Falcon 9 eine Ladung Starlink-Internet-Satelliten von der Vendemburg Space Falls Base an der Westkiste gestartet. Es war der 14. Flug für Booster B1063 und seine 14. Landung. Aktueller Rekordhalter mit 17 Flügen und Landung sind die Booster 1060 und 1058. Jeder dieser Booster hat damit so viele Flüge auf dem Buckel wie alle Ariane-Flüge zusammen in den letzten fünf Jahren. Am Freitagnachmittag ist vom ehemaligen Apollo Pad 39A, also von dem schon Neil Armstrong zum Mond aufgebrochen ist, eine Falcon Heavy gestartet. An Bord die NASA-Asteroiden-Mission Psyche, die den gleichnamigen Asteroiden auf seiner Umlaufbahn zwischen Mars und Jupiter untersuchen soll. Bis dahin ist es aber noch etwas Zeit. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Sonde im August 2029 in einen Orbit um den hauptsächlich metallischen Asteroiden Psyche einschwenken. Am Samstagmorgen ist von Cape Canaveral in unmittelbarer Nähe zu den Landezonen 1 und 2, wo ja nur kurz vorher die beiden Booster der Psyche Falcon Heavy gelandet sind, eine Falcon 9 mit Starlink-Internet-Satelliten gestartet. Ja, die Psyche-Sonde ist noch ein paar Jahre unterwegs zum Asteroiden. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg eben zum Propheten kommen, so in etwa lautet das Motto von Osiris Rex. Ja, der Gesteinsprobenbehälter der Asteroiden-Mission wurde ja erfolgreich von der NASA geborgen. Jetzt hat die NASA erste Erkenntnisse aus der Untersuchung der Proben des 4,5 Milliarden Jahre alten Asteroiden Bennu veröffentlicht. Die bisher untersuchte Probe zeigt Anzeichen von hohem Kohlenstoffgehalt und Wasser, was auf mögliche Bausteine des Lebens hinweisen könnte. Laut NASA handelt es sich bei der Osiris-6-Probe um die größte kohlenstoffreiche Asteroidenprobe, die je auf die Erde gebracht wurde. Wie du vielleicht weißt, war ja den japanischen Hayabusa-Missionen eine Rückführung einer Asteroidenprobe schon vorher geglückt. Man weiß immer noch nicht genau, wie viel Material genau auf die Erde gebracht wurde durch Osiris Rex. Ziel-Emissionen waren 60 Gramm. Für die bisherigen Analysen wurden tatsächlich nur Proben verwendet, die man außen am Sammelbehälter gewonnen hatte. Da man unbedingt auch dieses Material sichern wollte, hat man den Behälter bisher noch nicht geöffnet. Über die nächsten zwei Jahre werden weitere Untersuchungen und Analysen durchgeführt. Wissenschaftler auf der ganzen Welt werden Proben erhalten und damit forschen. Einige Proben sollen auch an öffentliche Ausstellungen gehen. Mindestens 70% der Proben sollen aber für zukünftige Forschungszwecke aufbewahrt werden. Mein Bild der Woche kommt vom James Webb Weltraumteleskop. Das für das menschliche Auge ja nicht sichtbare infrarote Licht kann durch eine Verschiebung in unseren Wahrnehmungsbereich sichtbar gemacht werden. Was dann diese faszinierenden Bilder erzeugt. In diesem Farbbild zeigen die blauen Rankenstaub aus Silikaten und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen. Die diffusen roten Bereiche, die stammen von heißem Staub, der von Sternen in der Region erhitzt wird. Apropos erhitzen. Die ESA hat in einer Studie untersucht, ob man mit einem Laser Mondstaub zu Straßen aufschmelzen kann. Lunarer Staub ist eine feine abrasive Substanz, die sich an allem fest setzt. Das ist eine riesige Herausforderung für Ausrüstung und Raumanzüge. Besonders wenn zukünftige Missionen viel länger gehen sollen als die in Stunden ja gezählten Apollo EVAs. Die ESA-Studie PAVER für Paving the Road for Large Area Centering of Regolith hat potenziell befahrbare Oberflächen mit einem 12 Kilowatt Kohlendioxidlaser aus simuliertem Mondstaub geschmolzen. Der 4,5 Zentimeter durchmessende Laserstrahl hat dreieckige, hohlzentrierte, geometrische Formen von etwa 20 Zentimeter Durchmesser erzeugt, die miteinander verriegelt werden konnten und so eine feste Oberfläche gebildet haben. Das erzeugte Material ist glasartig und brüchig, kann jedoch Druckkräfte von oben standhalten und im Fall eines Bruchs repariert werden. Die Studie fand weiter heraus, dass eine 100 Quadratmeter große Landeplattform mit einer Dicke von etwa 2 Zentimeter Material mit diesem Verfahren etwa 115 Tage dauern würde. Wenn wir schon beim Thema Space Laser sind, ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich einen imperialen TIE Fighter in der Herz-Radio-Frequenz-Testkammer im ESA-Aztec in den Niederlanden gesehen habe. Ist das galaktische Imperium jetzt Mitglied der ESA? Ja, natürlich nicht. Die ESA Open Days im Aztec in den Niederlanden standen dieses Jahr unter dem Motto Science Fiction wird Realität. Über 8000 Besucher konnten das Raumschiff ansehen. Das TIE Fighter Modell wurde von der deutschen Fangruppe Project X1 zur Verfügung gestellt. Auch zu sehen im ESA-TEC die Asteroid-Mission Hera. Nach der Dart-Mission, die im letzten Jahr ja auf dem Dimorphos-Asteroiden aufschlug und dessen Umlaufbahn veränderte, wird Hera zu Dimorphos fliegen, um eine Nahaufnahme des Kraters zu erstellen und die Masse und Zusammensetzung von Dimorphos und dem größeren Asteroiden Didymos zu messen. Kleiner Wermutstropfen. Wäre Europa bei der Genehmigung der Mission schneller aus dem Quark gekommen, hätte man den Einschlag auch aus der nächsten Nähe beobachten können. Das hätte mit Sicherheit einen Social-Media-Hit erzeugt. Das bringt uns zu unserem heutigen Sponsor Readly. Ja, kennt ihr das, dass ihr nochmal schnell Social-Media checken wolltet und euch danach fühlt, als hättet ihr zu viel Torte gegessen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wenn ich gute Magazine lese, dann hat sich bei mir noch nie das Gefühl danach eingestellt, dass ich meine Zeit verschwende. Ich habe jetzt zum Beispiel die National Geographic und Spektrum der Wissenschaft wiederentdeckt. Zeitschriften, die ich mir als Student nicht wirklich leisten konnte als Print und die ich dann immer in der Bib gelesen habe. Und was ich super klasse finde, also erstmal Magazin-Ledemodus, alles cool. Aber ich kann auch in den mobilen Modus gehen, weil Fun Fact, ich kann nicht gut lesen eigentlich und ich kann mir dann hier in der Mobile-Lese-Version einfach die Schriftgröße einstellen. Und das natürlich auch mit meinem Handy. Und ja, wenn ich nachts im Bett lesen will, dann mache ich das Ganze in Dark Mode. Mach das mal mit einer Zeitschrift. Tatsächlich haben wir die tollen Bilder aus der National Geographic wieder richtig Lust aufs Fotografieren gemacht und das ist dann der nächste Kaninchenbau, in den ich gefallen bin. Ja, Foto-Magazine oder Fotografie-Fachzeitschriften. Ich war so begeistert von Readly, dass ich es direkt unserer Produktionsgruppe mit aufgeschwatzt habe, da Readly zeitgleich von fünf Personen oder auf fünf unterschiedlichen Geräten genutzt werden kann, ging das auch ohne Probleme. Mit über 7000 Zeitschriften findest du mit Sicherheit auch deine Leidenschaft oder dein Hobby. Ab sofort sind zum Beispiel auch sämtliche Magazine des Burda-Verlags, wie zum Beispiel Chip und Focus, im Angebot enthalten. Ja, falls du viel unterwegs bist, keine Angst, mit Readly kannst du die Zeitschriften natürlich auch offline lesen. Ich finde es großartig und ich habe mir fest vorgenommen, meine Lebenszeit mehr für bewusstes Lesen als für Social Media zu nutzen. Wenn das auch nach einem Vorsatz für dich klingt, mit meinem Link könnt ihr Readly im Oktober noch für 1,99 Euro im Monat, zwei Monate lang testen. Danach kostet Readly regulär 14,99 Euro. Ihr könnt aber jederzeit kündigen. Passend zu Halloween, also wenn ich abergläubig wäre, dann würde ich mit Sicherheit denken, dass das Nauka-Modul verflucht ist. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Judo-Wurf der gesamten ISS-Raumstation durch ein wild gewordenes Reaction-Control-System am Nauka-Modul 2021. Am 9. Oktober wurde jetzt ein Kühlmittel-Leck an einem Radiator an Nauka festgestellt. Das ist übrigens der dritte Vorfall dieser Art an russischer Hardware, russischer ISS-Hardware, in nicht mal einem Jahr. Noch ist unklar, wie viel Kühlmittel genau ausgelaufen ist und wie lange der Vorfall gedauert hat. Laut der NASA handelte es sich bei den betroffenen Radiator um ein Ersatzradiator am Nauka-Modul, der ursprünglich am RASVET-Modul angebracht war und im Laufe dieses Jahres im Rahmen einer Weltraum-IWA zur Ausstattung des Nauka-Moduls transferiert wurde. Sowohl die NASA als auch Roskosmos gaben an das Hauptthermalsystem von Nauka, das funktioniere ordnungsgemäß und weder die Station noch ihre Besatzung seien in Gefahr. Das Leck hatte übrigens auch Auswirkungen auf die eigentlich geplante IWA des dänischen ESA-Astronauts Andreas Morgensen. Das spanische Raketen-Startup PLD Space hat seine suborbitale Miura-1-Rakete gestartet. Ursprünglich hatte PLD Space 12 Minuten Flugzeit mit einer Apogiumshöhe von 80 Kilometern und 6 Minuten Mikrogravitation für ein wissenschaftliches Experiment für das Zahn in Bremen angekündigt. Die Rakete erreichte aber dann nur 46 Kilometer, bevor sie dann in den Atlantik stürzte. Laut PLD Space war der erste suborbitale Flug von Miura-1 trotzdem ein entscheidender Moment für die Entwicklung der orbitalen Trier-Rakete Miura-5. Die gesammelten Daten sollen zur Validierung von fast 70% des Designs und der Technologie der Miura-5 dienen, die 2025 beim europäischen Weltraumbahnhof in Kourou-Französisch-Goyana starten soll. Kourou-Französisch-Goyana, dort startet seit jeher die europäische Ariane-Rakete. Wie mein Kumpel Andrew Parsonson auf European Space Flight berichtet hat, soll die jährliche Subvention des Ariane-6-Flugbetriebs von 140 Millionen Euro auf 350 Millionen Euro steigen. Das heißt, zusätzlich zu den Entwicklungskosten von mindestens 3 Milliarden Euro der garantierten institutionellen Staats sollen jährlich noch einmal 350 Millionen Euro für den Betrieb der Rakete hinzukommen. Andrew wählt in seinem Schlusswort da sehr drastische Wort und sagt, Wir müssten sicherstellen, dass die Ariane Group zukünftig nicht mehr in europäische Trägerraketen einbezogen wird. Der Ariane Group allein die Schuld an Ariane 6 zu geben, greift mit Sicherheit zu kurz. Viele Fehler sind auch auf politische Vorgaben zurückzuführen. Für Frankreich geht es zum Beispiel nicht nur um einen unabhängigen Zugang zum All, sondern auch um Infrastruktur und europäisches Geld für die ehemalige Kolonie und Ärmste Region Frankreichs Französisch-Goyana. Nicht zu vergessen Synergien zwischen Ariane 6 und französischen Interkontinentalraketen. Ariane 6, kein einfaches Thema. Die vielbeschworene Erfolgsgeschichte Ariane 5, die wird sich ganz klar nicht wiederholen. Ohne Frankreich als Treiber, das sollte betont werden, wäre die europäische Raumfahrt aber nicht da, wo sie heute ist oder vielleicht auch gar nicht existent. Am kommenden Mittwoch auf dem Weltraumkongress des BDI wollen wir Gilles Rabin, französischer Botschaftsrat für Raumfahrt und ehemaliger Berater des Präsidenten der französischen Raumfahrtbehörde CNES und ich versuchen, die Katerstimmung in der europäischen Raumfahrt in neue Leidenschaft zu verwandeln. Unter dem Titel Deutsch-Französische Liebe im All wollen wir gemeinsam Raumfahrtthemen finden, mit denen Europa Hackengas geben kann, um neben den USA, China und Indien nicht in die Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Mein Kumpel Micha von Astrodrom wird das Event livestreamen. Link zu seinem Kanal, den findet ihr unter dem Video. Weltraumkongress des BDI, mit Sicherheit das industriepolitische Raumfahrt-Highlight des Jahres. Aber seien wir ehrlich, das Community-Highlight wird der Space Creator Day. Nur kurz darauf, am Samstag, den 21.10. Da treffen wir uns wieder im Technikmuseum in Speyer. Der Everyday Astronaut Tim Dodd wird da sein. Adrian von NASA Spaceflight, Astro Tim, Andreas von IGIS Cosmos, Kerber Space Program wird da sein. Das DLR, die Raketenfirmen High Impulse, ISA Aerospace und RFA und, 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 und. Ein paar Tickets gibt's noch, aber ich bin mir sicher, die 900 Tickets, die werden alle weggehen. Link zum Event findet ihr unter dem Video. Passenderweise soll an dem Samstag des diesjährigen Space Creator Days der lang erwartete Gargania-Aren-Abort-Test stattfinden. Also ein Startabbruch-Test eines abgespeckten Prototeams des Gargania-Aren-Raumschiffs, das Indien ja eine eigene Crew-Kapazität verleihen soll. Für diesen Test ist das Raumschiff eine drucklose Version, die aber über einen kompletten Satz von Fallschirmen, Auslösesysteme für Bergungshilfen und alle nötigen Pyros verfügt. Das Testraumschiff ist bei dieser Mission natürlich umfassend instrumentiert, um die Flugdaten für die Bewertung der Leistung der verschiedenen Subsysteme zu erfassen. Nach erfolgreichem Abbruch-Test wird das Crew-Modul nach dem Aufsitz im Golf von Bengalen mit einem Spezialschiff und einem Taucherteam der Indischen Marine geborgen. Gestartet wird das Testraumschiff, diese Crew-Kapsel mit einer einstufigen Flüssigkeitsrakete, die speziell für diese Abbruchmission entwickelt wurde. Die Nutzlast, die besteht aus der Raumkapsel und dem Fluchtsystem auf Feststoffbasis. Bei diesem Flug wird die Abbruchbedingung während einer Gangaian-Mission bei einer Machtzahl von 1,2 imitiert. In einer Höhe von etwa 17 Kilometer wird die Abbruchsequenz dann autonom ausgeführt. Ja, Indien hat ja aktuell einen Lauf. Zwar konnte der Funkkontakt mit der erfolgreichen Mondlandemission Chandrayaan-3 nicht wiederhergestellt werden, dafür befindet sich das Sonnenobservatorium Aditya L1 auf dem Weg zu seinem Beobachtungspunkt am Sonnenerde Lagrange Punkt 1. Um dort hinzugelangen, wurde eine 16 Sekunden lange Triebwerkszündung zur Mitkurskorrektur durchgeführt. Die eigentliche Trans-Lagrange Punkt 1-Zündung war bereits am 19. September kurz nach dem Start erfolgt. Kommen wir zu den SpaceX-News. Maersk, eine der größten Reedereien weltweit und das mit Abstand größte dänische Unternehmen, hat die Woche bekannt gegeben, sie werden Starlink auf ihrer Flotte von über 330 Containerschiffen einsetzen. Die Einführung soll auch bereits im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Laut Maersk ist der Dienst ein großer Fortschritt in Bezug auf die Intensgeschwindigkeit und die Latenzzeit, was sich sowohl auf das Wohlergehen der Besatzung als auch auf den Betrieb der Schiffe auswirken wird. Die Vereinbarung folgt auf eine erfolgreiche Pilotphase, in der Besatzungsmitglieder auf mehr als 30 Maersk-Schiffen die Möglichkeit hatten, die Starlink-Technologie zu testen und laut Maersk mit sehr positiven Feedback reagiert hätten. Das ist natürlich für mich als Schiffbauingenieur immer spannend, solche Themen. Beim Thema Starlink hat diese Woche eine andere Schlagzelle aber dominiert. SpaceX hat die Bundesluftfahrtbehörde FEE, also die amerikanische Luftfahrtbehörde, aufgefordert, einen Bericht an den Kongress zu korrigieren. In diesem Bericht wird nämlich davor gewarnt, dass herabfallende Trümmer aus US-lizenzierten Megakonstellationen im niedrigen Erdorbit statistisch alle zwei Jahre jemanden verletzen oder töten könnten, wenn sie wie geplant in Betrieb genommen werden. SpaceX hat über 5000 Starlink-Satelliten gestartet und die Genehmigung erhalten, sie auf 12.000 Satelliten zu erweitern. Laut dem FEE-Bericht würde Starlink verantwortlich sein für mehr als 85% des erwarteten Risikos, für Menschen auf dem Boden und in der Luft durch herabfallende Trümmer getroffen zu werden. SpaceX behauptet jetzt, der Bericht gehe von falschen Tatsachen und veralteten Annahmen aus. So seien die Starlink-Satelliten für ein vollständiges Verglühen während des Wiedereintritts ausgelegt. Die FEE hat im September übrigens vorläufige Vorschriften veröffentlicht, die von US-amerikanischen kommerziellen Startanbietern verlangen, verbrauchte obere Raketenstufen nach dem Start außer Betrieb zu setzen. Ja, und zwar hauptsächlich, um die Gefahr durch Weltraummüll zu verringern. Die FEE erklärt jedoch, dass sie nicht die Autorität habe, die Risiken im Zusammenhang mit dem Wiedereintritt von Megakonstellationstrümmern aus dem Leo angemessen anzugehen. Ja, wenn es gut läuft, könnte sich das Problem mit den ausgebrannten Oberstufen in Zukunft ja erledigen. Da wären wir beim Thema vollständige Wiederverwendung und dem Starship von SpaceX. Für die Starterlaubnis ist auch die FEE ja zuständig. Auch heute kann ich euch leider nichts Neues dazu sagen. Aktuell hofft ja die Community auf einen zeitnahen Start von Booster 9 und Chip 25. Letzteres befindet sich nicht mehr auf Booster 9 und auch die Hot-Staging-Krone wurde von Booster heruntergenommen. Was Tests angeht, macht aktuell das Nacktmull-Chip 26 von sich reden. Keine Hitzeschildkacheln, keine Steuerflächen, aber diese Woche wurde ein Cryo-Test durchgeführt. Mal schauen, wie es da weitergeht. Mittlerweile kann ich euch mit einiger Sicherheit sagen, dass der Cybertruck für Tesla-Werbeaufnahmen in der Starbase war. Also leider keine Raptor-Drag-Racer-Edition des Cybertrucks. Apropos extra Schub, hier geht ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Senkrechtstarter-Schutzengel. Senkrechtstarter existiert ja nur dank euch, die ihr den Kanal regelmäßig monetär unterstützt. Als kleines Dankeschön gibt es ja für euch alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft findest du unter dem Video. Kommen wir zu den Starts der kommenden Woche. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, könnte ein langer Marsch-2D-Start mit für mich unbekannter Nutzlast aus Jingquan erfolgt sein. Am Mittwoch ein SpaceX-Starlings-Start von Cape Canaveral aus. Und am Samstag, den 21. Oktober, wie gesagt, der Ganggang-Jahren-Abort-Test. Hier noch einmal der Hinweis, dass ihr Readly im Oktober für nur 1,99 Euro im Monat zwei Monate lang testen könnt. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo. Bis zum nächsten Mal.